So, einen wunderschönen, einen herzlichen, ich weiß nicht, ob er aufnimmt, tut. An Aufnahme stoppen steht er, er nimmt auf tatsächlich. Erstmal ganz, ganz lieben Dank, ich bin gerade auf dem TS von einem österreichischen Let's Player. Der nennt sich Schwabon, kommt aus Österreich, ist total ganz, ganz, ganz lieb. Und da ist auch der Stefan 1978 GER gerade drauf in den Raum Stream drin. Erstmal möchte ich mich bei Stefan 1978 GER bedanken für die ganz, ganz lieben, wertvollen Tipps. Und bevor wir gleich ein Stück LKW fahren, möchte ich mich auch bei Bauerfin bedanken, bei Christian.we, bei Dani, bei Dove Crafter, bei Emrin 1978 GER, bei Jonas und bei Schleuer bedanken. Dann möchte ich mich bei Dopecake bedanken, ich möchte mich bei der lieben Manu bedanken, ich möchte mich bei so vielen Leuten bedanken. 93 Abonnenten, ihr seid des Wahnsinns. Und es wurde sich gewünscht, dass die Kahlsprache ein bisschen weniger wird. Sie wird weniger werden, ich werde mir ein bisschen mehr Mühe geben, ein bisschen ruhiger zu werden. Und klar werde ich ein bisschen auch so bleiben, wie ich bin. Aber wir versuchen das ein bisschen hinzukriegen und ein bisschen seriöser rüber zu kommen. Also ich gehe natürlich auf die Wünsche ein, die man sich wünscht. Wir müssen ja, danke Balu, dass du mitten in der Aufnahme reinfutterst. Wir werden jetzt auch nicht ein wirklich großartiges Video machen. Es ist am Samstag, nicht vergessen, Samstag ist ein Mega-Stream geplant. Ich möchte ein 80 Abonnenten-Special machen. Mittlerweile sind wir bei 93, glaube ich, aktuell. Es ist so dermaßen krass. Der Stefan 1978 GR hat gerade auch nochmal in seinen Stream. Der ist gerade live. Ich gucke ihn nebenbei zu. Ich habe aber kurz den Ton leise gemacht, damit ich hier schnell aufnehmen kann. Er hat gesagt, dass er mich nicht pusht. Das ist richtig. Er pusht mich auch nicht. Sondern er möchte halt die Veränderung sehen, die mein Kanal mit sich bringt. Weil er gesagt hat, ich habe die Fäkalsprache neu erfunden, praktisch gesehen. Ich möchte das ein bisschen ändern und hoffe, dass ich eure Unterstützung dafür kriege. Es sollen neue Thumb-Mails kommen. Ich suche einen, der Bilder bearbeiten kann. Wenn da jemand Bock hat, ihr kriegt eine TS-IP von mir, dann können wir uns gerne zusammensetzen. Und ich mache dauerhaft Werbung für euch. Das heißt, wenn ihr einen Kanal habt, mache ich permanent die Werbung für euch. Alter spielt keine Rolle. Wenn ihr unter 18 Jahre alt seid, dürft ihr bitte nicht vergessen, dass die Schule nicht vernachlässigt werden kann. Vernachlässigt werden soll. Ich kann euch nicht dafür bezahlen. Und das muss euch bewusst sein. Und deswegen kann ich nur für euch Werbung machen in meinem Kanal. Und euch die ganze Zeit mit erwähnen und euch dauerhaft mit verlinken. So habe ich die ganze Zeit meine Lieblingsblondine mit verlinkt. Den lieben EOB-Let's Play. Den lieben MC Disaster habe ich auch mit verlinkt. Allein, weil sie so super schöne Trailer für mich gemacht haben, die ich leider nicht mehr benutzen kann. Ich hoffe, dass die irgendwann mal für mich eine Update-Version daraus machen, dass ich die für die nächsten Versionen weiterhin benutzen kann. Und natürlich habe ich auch die liebe Manu mit verlinkt, die in einem ganz, ganz schweren Zeitpunkt für mich da war. Der Dope Cake folgt, sag mal Moin. Moin. Der Dope Cake folgt, weil er mit seinen 14, 15 Jahren, ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie alt er ist, so dermaßen Cochones gezeigt hat, dass er in einer schweren Zeit für mich da war und mir die ganze Zeit geholfen hat. Hat mir geholfen, das mit OBS einzustellen. Hat mir geholfen, den Kanal ein bisschen aufzubauen. Hat mir geholfen, zu zeigen, wie das mit den Streamen funktioniert. Wir sind die ganze Zeit am Verbessern, die ganze Zeit am Machen und Tun. Es sieht noch nicht nach viel aus. Ich musste die ganzen alten Videos löschen, also belegen, wo man die ganze Zeit meine Ex-Lebensgefährtin gehört hat. Sie weiß mittlerweile, dass ich sie Lord Voldemort nenne. Ich habe ihr auch erklärt, warum ich sie Lord Voldemort nenne. Einfach, weil es eine Person ohne Gesicht sein soll. Ihr sollt euch nicht daran festnageln, wie sie ausschaut. Ich kann euch sagen, dass meine Ex-Frau verdammt hübsch ist. Das weiß sie, dass ich sie noch hübsch finde. Aber mehr ist da nicht. Sie ist für mich eine gute Freundin geworden. Mehr soll auch erstmal nicht passieren. Deswegen heißt sie Lord Voldemort. Wenn ihr was wissen wollt, ich werde ihren Kanal hier nicht mit verlinken. Ich werde euch auch nicht verraten, wie man sie findet, wo man sie findet. Ich werde euch nichts über das verraten. Über die ganzen Hate-Geschichten habe ich wertvolle Tipps gegeben. Und die werde ich auch dank dem Stefan wertvoll verwenden, die Tipps, die man mir gegeben hat. Und ich möchte mich, wie gesagt, noch mal ganz, 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 ganz lieb bei euch bedanken. Das, was ihr macht, das ist so fucking awesome. Das ist unbeschreiblich. Das ist wunderschön, dass man einen Menschen so eine riesen Freude verbreiten kann. Ich meine mal, ich habe immer davon geträumt, dass irgendwann mal mir Leute zugucken, wenn ich spiele und das vielleicht auch noch toll finden. Ich weiß, dass meine Umgangssprache nicht gerade die beste war die ganze Zeit. Das wird sich wieder bessern. Das verspreche ich euch. Und danke mich bei euch fürs Zuschauen und hoffe, dass euch die Reise auf diesen Kanal gefallen wird, die wir gehen werden. Es werden jetzt auch noch bald ein paar andere Spiele kommen. Durch einige YouTuber wurden mir nochmal Spiele empfohlen. Darunter habe ich mir jetzt ein Rennspiel organisiert. Und sobald das mit dem Lenkrad auch funktioniert, werden wir dann auch gemeinsam Project Chaos fahren. Omsi 2 und was da nicht noch alles kommt. Ja, das sind alle Spiele, das habt ihr schon bei großen YouTubern gesehen, wie Chris Maximus und Co.KG. Aber ich möchte das auch nicht wie die Mainstream-Youtuber machen, sondern auf eigene Art und Weise euch das Ganze zeigen, wie das funktioniert. Jetzt ist irgendjemand gegangen. Keiki, noch da? Ja. Okay, gut, dann war das auf irgendeinem TS, ist mir auch wurscht. Ähm, ja, mehr kann ich eigentlich dazu nicht sagen, außer, nicht vergessen, Samstag. Ah, 20 Uhr. Petalive Street. Leid dabei. Ihr braucht Eurotrack Simulator 2, das Going East DLC, das Gandinavia DLC und das Viva la France. Wenn es geht, dann zieht euch bitte noch die ganzen Schwestern. Und ihr solltet natürlich einen Haufen Kleingeld besitzen. Denn es wird in diesem Mega-Livestream dazu kommen, dass ihr euch ab und zu mal eine Garage kaufen müsst und verschiedene LKWs. Ja, weil wir ein paar Challenges einbauen, zum Beispiel mal mit einem Truck. Ich weiß nicht, von wem ich die Idee geklaut habe. Ich glaube von Dope Cake. Und Dope Cake hat sie wieder von jemand anderem geklaut. Aber das ist ja auch egal. Bei YouTube darf man mal gerne klauen. Das machen die großen YouTuber ja auch. Dann würde es zum Beispiel die Challenge geben. Mit einem Renault fahren, ohne Navi. Das heißt, wer zuerst da ist, mal zuerst. Entschuldigung. Ja, wer bescheißt eh wieder. Nee, ich weiß jetzt schon, dass es lustig wird. Dann würde es zum Beispiel den Truck, die Challenge geben. Die habe ich mir von der lieben Manu geklaut. Mit einem lilanen LKW rumzufahren in den Livestream. Ja, und da suchen wir uns auch irgendeine Marke aus, die wir sonst nie im Leben fahren würden. Von mir aus auch MAN. I yield nicht unbedingt. Und ja, also lasst euch überraschen. Samstag, 20 Uhr. Der Stream geht bis weit nach Mitternacht hinaus. Solltet ihr minderjährig sein, quatscht das bitte mit euren Eltern ab. Nicht, dass ihr Ärger kriegt und ein PC-Verbot kriegt, weil der liebe dicke Dope Cookie gesagt hat, ihr könnt mit mir spielen. Zur Information, da war auch noch ganz kurz bei dem Stefan im Livestream die Frage, wieso, weshalb, warum so einen Namen oder wie man auf sowas kommt. Dieser Name Dope Cookie stammt durch einen Online-Shooter und den möchte ich so beibehalten. Ihr könnt ruhig über den Schulhof Dope Cookie brüllen. Den kann man sich leicht merken. In diesem Sinne. Mit Öl.